So eine Gelegenheit bietet sich nicht oft. Abteilung Fahrtenzuteilung, dritter und vierter Distrikt. Dies ist ein Dienstgespräch. Es handelt sich um Ihre letzte Chance, wieder einen Zug zu fahren. Ich glaube, mich zu erinnern, dass an diesem Tag die Winde besonders stark bläsen und die Trockenheit noch das letzte bisschen Feuchtigkeit aus den alten Mauern der Stadt heraus zu quetschen schien. Das Geräusch des Windes dringt an solchen Tagen durch alle Wände. Man meint die Häuser flüstern zu hören. Das Geräusch ... bullshit. Das Geräusch ... Ich bin eingeschlossen. Die Temperatur im Frachtraum steigt. Du musst einen Bergungszug schicken. Ich kann keinen Bergungszug schicken. Keine halbe Stunde mehr in die Ladung fliegt in die Luft. Und 241? Geben Sie auf keinen Fall mehr Schub. Jede Schuberhöhung führt zum Kontrollverlust. Die Temperatur im Frachtraum steigt. Die Temperatur im Frachtraum steigt. Die Temperatur im Frachtraum steigt. Die Temperatur im Frachtraum steigt.